Ab Minute 7 Zwei Erfahrungen möchte ich mitteilen aus der Praxis für die Praxis. Und zwar zum Thema Blockaden lösen, Selbstsabotageprogramme ganz auflösen. Hier an einem Beispiel mit einem Fluggerät möchte ich das gerne aufzeigen. Nehmen wir an, ihr habt euren Jumbo schon betankt und alles ist startklar. Es kann auch ein anderes Fluggerät sein, es kann auch ein Airbus 380 sein. Auf jeden Fall euer Unternehmen und ihr wollt jetzt auf die Startbahn. Habt alles wunderbar gemacht, die fünfstelligen Einkommen sind im Monat schon erzielt und jetzt geht es darum, das Next Level zu erreichen. Und manchmal sind das die kleinen Dinge, die uns daran hindern. Großartiges zu vollbringen. Hier an dem Beispiel, dass so ein Unterlegkeil vorne und hinten uns gar nicht in die Bewegung lässt. Eine Stagnation ist da und dafür gibt es Spezialisten, die diesen Unterlegkeil wegnehmen können. Und so ein Spezialist oder Experte, um globale Glaubenssätze aufzulösen, bin ich als Business-Schamane, kann ich sehr schnell erkennen, wo wirklich der Engpass ist. Und es kann was ganz Primitives sein, so ein Unterlegkeil am Fahrwerk eines Fluggerätes. Und was wir machen, ist einfach diesen Unterlegkeil wegzunehmen, damit das eigene Unternehmen auch wirklich durchstarten kann. Damit wir flexibel sind und auf die Rollbahn für unser nächstes Ziel, für unser Next Level auch starten können. Dann gibt es einen Moment of No Return und dann hebt der Flieger ab. Und das ist das gemeinsame Ziel, diese Unterlegkeile zu erkennen und zu transformieren. Wenn das nur ein Unterlegkeil wäre, wäre das nicht so schwierig, sondern das Thema ist so, dass wir praktisch nicht nur solche Unterlegkeile haben, sondern dass wir ganze Container vor unserem Business haben, dass wir gar nicht mehr skalieren können. Das Business gar nicht richtig funktioniert, weil so ein Container genau vor der Nase steht. Und solche Selbst-Sabotage-Programme haben natürlich eine besondere Auswirkung, weil wir dann richtig gelebt sind oder gar nicht wissen, wie wir vorankommen. In einem Container werden meistens die Reparaturen durchgeführt. Das heißt, hier werden wirklich Glaubenssätze transformiert, das Mindset verbessert. Aber letztendlich passiert das alles im Container und der Container behindert immer noch das richtige Abheben, das richtige Durchstarten des eigenen Unternehmens. Oder wenn wir schon gut unterwegs sind, auf eine neue Flughöhe zu kommen. Deswegen empfehle ich, gerade bei solchen Selbst-Sabotage-Programmen, solche Container insgesamt wegzufahren, dass sie ganz wegkommen. Und das geschieht auch hier durch eine spezielle Möglichkeit, die wir gerne aufzeigen wollen in einem persönlichen Gespräch, dass solche Container auch weggetragen werden. Dann sind wir wirklich frei, um in die nächste Ebene zu kommen, auf das nächste Level, was wir uns wünschen.